Haraa, Englisch Ferien, flight size. Nein, Hausarbeit. Monika, du bist dran mit Böger. Anja, du machst dein Abbaus. Ach nein, das ist so langweilig. Ich mag kein Hausarbeit. Ich wollte denn nur einen Multifilm schauen und malen, nicht Bögen. Ich weiß, ich will Fußball spielen und Musik hören. Warte mal, ich habe eine Idee. Anspielen! Hier rüber! Du musst mich nicht gefallen! Ups, das war der Fahntorf. Ich bin der DJ! Was wollt ihr hören? Oh, Mutsi! Warum isst du immer Ohren und kein Popcorn? Hey, ich mache ein Selfie. Guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen zur Tagesschau. Wir haben heute seltsame Nachrichtenverfahren. Es gibt eine, neue, neue Instanzation. Der Letzte ist drei. Es nette Freibat. Freiseite und Hausarbeit zu sein. Es ist jetzt, weltweit und drei. Jugendliche, die Beruhung, verbinden, ihre Hausarbeiten und die Beine. Alle wollen die Möden mitmachen. Jetzt sind wir fertig! Freiseite! Nein, jetzt geht's Schularbeit. Und Mama, ich hasse Hausaufgaben. Warte, ich habe eine Idee. Warte, ich habe eine Idee. Warte, ich habe eine Idee.